Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heutjala und heute bin ich wieder für euch in The War with In unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement-Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um einen Erfolg, den wir einmal in der Kategorie Quests haben, dann War with In. Und hier haben wir das Achievement Schwenkbar und dafür müssen wir folgendes machen. Er zielt 10 Treffer mit einer Bratpfanne, die von den überarbeiteten Köchten in den Golem-Werken der Tiefenschmiede fallen gelassen werden. Und dazu sind wir einmal hier in den schallenden Tiefen und zwar auf den Koordinaten 58, 78. Und hier gibt es verschiedenste Goblins. Es ist anscheinend so, dass ihr hier einen gewissen Quest-Stand braucht. Also ihr müsst ein bisschen die Kampagne vorangetrieben haben und dann hier auch in den Golem-Werken gewesen sein. Und dann gibt es hier bestimmte Mobs und zwar gibt es überarbeitete Köche. Und diese überarbeiteten Köche, wenn ihr die tötet, lassen die quasi eine Bratpfanne fallen. Das machen wir jetzt mal. Also wir müssen am besten einen Koch in der Nähe von anderen Mobs töten. Also wenn, dann pullet ihr die schon ran oder ihr habt da Mobs, die relativ nah dran sind. Denn sobald die sterben, droppen die so eine Pfanne. Seht ihr das? Ich geh mal aus der Gestalt raus. Die droppen so eine Pfanne. Und wenn wir die aufsammeln, dann schlagen wir wild mit dieser Pfanne um uns herum. Seht ihr das? Und jeder Hit zählt quasi eins fürs Achievement. Und ihr seht, jetzt habe ich jeden drei Hits gegeben. Also das wären bei den zwei Mobs auch schon sechs gewesen. Also bedeutet, wenn ihr euch noch ein paar mehr Mobs zusammenzieht, könnt ihr das eigentlich mit einer Bratpfanne direkt machen. Das einzige bisschen problematische an den Köchten ist, oder an den Goblins hier allgemein, die spawnen sehr langsam nach. Es gibt hier auch eine World Quest und wenn die aktiv ist, ihr steht hier zehn Minuten rum, bis dann die Viecher wieder nachspawnen. Also müsst ihr euch am besten einen Moment raussuchen, wo hier jetzt gerade nicht alle tot sind. Und dann könnt ihr das Achievement eigentlich relativ leicht machen. Innerhalb von zwei, drei Minuten habt ihr dann eure quasi zehn Schläge mit einmal der Bratpfanne. Gut, mehr ist es eigentlich tatsächlich nicht. Das Ätzendste an dem Achievement ist, wie gesagt, warten, was die Mobs spawnen. Und wie gesagt, ihr müsst halt schauen, dass ihr die Kampagne hier soweit gespielt habt, dass ihr diese Golem-Werke einmal befreit habt. Da stehen auch die NPCs hier. Das müsste die Max-Level-Kampagne tatsächlich sein. Das, die müsst ihr machen. Gut, das war es soweit mit dem kleinen Achievement-Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.